3 3 Tasse Tasse Kellnerin Kalt Was isst du zum Mittagessen? Was isst du zum Mittagessen? Vater Windig Brötchen Zehnten Sie isst ein Brötchen mit Schinken zum Mittagessen. Sie isst ein Brötchen mit Schinken zum Mittagessen. Süß Schinken Warum Spanisch Spanisch Ich treffe meine Chefin zum Mittagessen. Sie isst ein Brötchen mit Käse. Mein Chef ist nett und wir trinken zusammen Tee. Mein Chef ist nett und wir trinken zusammen Tee. Meine Partnerin trifft ihre Kollegen am Wochenende. Sie trifft ihre Kollegen im fast Büro Triffst du deinen Chef jeden Mittwoch? Mittwoch Sie trifft ihre Kollegen im Büro. Triffst du Triffst du eine Eine Zum Mittagessen Eine Tasse Tee Ich trinke im Büro eine Tasse Kaffee. Triffst du oft deinen Chef im Büro. Isst du gern ein Brötchen mit Schinken? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020